Einige wichtige Ausdrücke für den Beschwerdenbrief Niveau B2 Ich hoffe auf eine Kulanzregelung ihrerseits. Ich wollte von Unannehmlichkeiten vermeiden, deshalb rate ich Ihnen, innerhalb der nächsten Woche die Rückzahlung meines Geldes einzuleiten. Wenn Sie Unannehmlichkeiten vermeiden möchten, ansonsten wende ich mich an die Lokalpresse. Ich warte auf Ihre Rückzahlung. Sie hielten sich nicht an die Vereinbarung, deshalb beschwere ich mich über Ihre schlechten Geschäftsbedienungen. Soenteils Untertitelung des ZDF, 2020